Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wahturussalati wa tammu al-taslima ala Sayyidina Muhammadin wa ala Adihi wa Ashabihi wa Jema'in. Jetzt fangen wir hier inshallah mit unserer neuen Seite an. Du kannst dann anfangen. Und der Punkt ist unten. Buka, das ist ein K. Also Buka li Malaika Malaika Ta T Genau, perfekt. T I C Das ist ein Nun. In me Diesen Fehler machen sehr viele. Achte nicht auf diesen, also, dass es so oval ist, sondern merke immer, dass DEL sich nicht verbindet. Ich suche mal jetzt hier, zum Beispiel hier ein DEL. DEL und DEL sind beide gleich. Die lassen sich niemals verbinden. Auch RAH nicht. Also DEL hier auch. Ich suche mal eins, wo man das noch merken kann. Ist zurzeit nicht da. Also, wenn etwas verbunden wird, dann weißt du automatisch, dass das kein ZEL sein kann. Okay. 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 Perfect. Wie schon davor gesagt, wenn du stoppen möchtest, dann kannst du gerne sagen, Khalifa. Wenn du aber weiterlesen möchtest, dann musst du es T aussprechen. Khalifaten. Okay. Khalifaten. Kalu Etta Tch Alufi Raman Nee, das ist ein Herr. Okay. Okay. Fih Haman Juf Juf S Du Achtung auf den Kessel. Ja. Achso. Juf Si Du Fih Ha Wa Juf Jas 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 Fah Ku Jas Fih Kuu Jas Achte, ein Zickzack ist immer einer von drei Buchstaben. Jim, Ha oder Ha. Dieser Haken hier ist entweder Ba, Ta, Tha, Nun oder Ja. Unterscheiden kannst du die von den Punkten. Der Punkt ist oben. Was ist es dann? Perfekt. Wir sind nur Das war's. Wie ist es? Was ist dieser zweite Buchstabe? Ein Ein? Genau. Ta'ala. Ta'ala Mun. Natürlich. Ta'ala Mun. Perfekt, genau. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم عَلَى الْمَلَائِكَةِ Was ist der Unterschied zwischen dem Meme, der lang ist und dem Meme, der kurz ist? Der Meme, der lang ist, muss dann durch jetzt hier das Nun ersetzt werden. Perfekt. Bei dem mittellangen Meme muss darauf geendet werden. Perfekt. Man muss stoppen. Genau. Wie es na i ha u la i in kun tum so di qin Jetzt bist du. Alu su sun sub ha na ka la la i ma la na illa ma na ta na na za ka ka Hier gibt es eine Hemse mit Kesra und dann ein Nun. Dann in 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 ka an en ta al la li mu mul also mi mit lam verbinden und dann wie du gesagt hast ha kim mul ha kim Perfekt. kala ya adam anbihum bi asma ihim falamma anbahahum bi asma ihim kala alam akul lakum inni a'lamu vayba asmaawati wal a'rdi wa'a'lamu ma tubeduna wa ma kuntum tak tum un jetzt bestu wa' iz kukul na li ma la ikka taytis ju du illa la achte lam alif das bedeutet lam bekommt kesra und alif bekommt fatiha ok dann li a da ma fa sa ja du i illa i in la sa in 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 lisa ebe wa achso ip lisa i n äh n n na wenn der Punkt unten ist, dann wa nicht nun ja ke abba wa was tak ba raf waka na ma amie min al kafirin perfekt dann lesen kann oder verstehen kann kann man zum beispiel von vorne wieder ein bisschen anfangen wakula minha ragadan haithu shittuma wala taqraba hazihi shajarata fatakuna minal zalimin jetzt bist du äh ähm mazshaaii ta ta nu aha Jaha Faa A Kha Kharaj Huma Mie Mim Maa Ka Na Fii Fii Wa Ku Kul Na Nah Nii Bi Bi Tu Na 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 Tu Tu Kam Dhamma A Tu Kum Li A Ba Tun Esra Tin Din, ok A A Tu Du Du Wan Wun 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 Wa La Kum Fi 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 Tri Fi 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 Mi Fil Fi Fi Mu Fi 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 F Fi 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 Ne, das ist kein Meme, sondern? Ich weiß es nicht. Was kommt nach so? Ein. Genau, das ist ein. Was bedeutet das Zeichen über dem Ein? Das ist genauso wie hier die beiden. Also es ist nur, dass die Zeichen ein bisschen anders sind. Also auch Tanwin, Damm, Un. Un. Okay. Und hier bleiben wir dann mit der Aufnahme stoppen. Oder hier bleiben wir dann. Und hier bleiben wir dann mit der Aufnahme stoppen.